Hallo Leute und willkommen zurück zu Portal 2 Ja, Hallihallo Ja, heute machen wir mal ein kleines Päuschen von unseren Friendship is Magic Die wollen bei uns irgendwie nicht laden Ich sehe jetzt auch zum Beispiel nicht von wem die Karte ist Vielleicht klickt es ja auch daran Aber wir haben uns halt für die Coop Spiral Madness entschieden Und dann starten wir das Ding einfach mal, oder? Ah ja, klar Boinga, hello Hallo Oho Äh Ja Wir sind bloß noch in Kammer hier äh 53 Liegt vielleicht daran, dass ich ein paar Karten gelöscht hab Hm, bei mir steht da 93 Echt? Lol Ja Ja gut, wenn ich bei dir Tab drück Drück mal bei mir Tab, guck mal, dann ist das bloß schwarz Ohlalalala Ähm Ja, wow Äh, ich hab den Ausgang gefunden Ja, ich auch Er wird geschützt von dem Tod Hey, theoretisch Warte mal, lass uns mal da hinstellen Komm mal her, komm mal her Komm mal her Na hin Ha Aber wir können nicht rein Ist ja auch witzig Ja, ja Was ist denn hier passiert? Ähm Ach du Scheiße, guck mal wie groß die ist Ah Ah Bewegt Ähm Ja, geschichten wirken Ah ja Ähm Ja, pack den mal da rein Ah, da ging tot aus Da fährt was entlang Ja Willst du da Ähm Hingehen oder Warum hast du meine Entschuldigung, das wusste ich jetzt nicht Interessant Und wenn man den Knoppe hier macht Also einer muss da unten entlang fahren Und ich glaub den Knopf hier drücken Ich mach das mal Äh Wo machst du das? Ich mach das Willst du das machen? Ja, ich möchte fahren Dann bitte Uhu Dann dürfen die Zuschauer dir beim Failen zuschauen Fuck Fuck, 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 fuck Ja, ihr fängt schon an Fail Nummer 1 Äh, da ist doch ein X Ein X? Äh, drück mal X Ja, was erzählt hier Ich hab keine Ahnung Ja, ne Egal Vielleicht müssten wir das gleich Ne, gleich Also ich glaub, dass Das einer hier unten entlang muss Ja, und der andere hier oben entlang So seh ich das jetzt hier mal Aber ich weiß nicht, was der Knopf hier macht Ja gut, ich kann mich ja eigentlich schon mal hier drauf stellen, ne? Theoretisch schon Dass das hier ausgeht Mach dir mal hier vorne ein Portal Nimm dir mal eins mit Einfach mal so, sicherheitshalber, weißt du? Kann ja nie wissen Also als erstes den Knopf ist, ne? Ja, ja Ich glaub, dass der das hier ausmacht Glaub ja Genau Das könnte ich mir gut vorstellen Na dann jetzt, äh, Achtung, dein Einsatz Komm Ah, sieht interessant aus Ah ja, okay Äh, da kommt der Bridge, da kommt der Bridge Ah! Äh Auf das war mir jetzt nicht vorbereitet Ähm Ja, ich seh ne Bridge Ja, ich seh ne Bridge Und dann... Okay, warte mal Ähm Aha Ja, ich weiß auch wie Mit dem Würf? Ja Ja Ja, dann musst du relativ schnell sein Relativ Oh, leid, ich kann ja bei dem Würf, ich kann ja hier zum Boden auch bleiben Dann dauert's halt länger Jetzt Achtung Ja, dann bleibst du mal kurz hier, ja Darfst du das nicht? Doch, ich schaff das schon Naja Sag mir, wenn du beim Tod vorbei bist Jetzt Kann ich gleich weiter drauf? Ähm Ja Ja Hätt ich Warte Ja, hätt ich was sagen So, ey Äh, warte mal Die Bridge geht nicht aus Warte Warte Ah, doch Aber ich glaub Du hast dein Portal davon vergessen Egal Egal Egal, egal, egal Egal Ja, jetzt sag ich aber nicht mehr drauf Weil, äh Der Tod ist... Äh, das weiß ich schon Der Tod ist mit dir Ja gut, wenn du kein Portal hast Müsst du mich ja auch nicht hier drauf stellen Und dann ist der Knopf ja auch voll für den Arsch Oder? Ja, ob sinnvoll hat, war schon dein Portal Es geht nicht, da ist ne Glasscheibe Egal, geh einfach Geh einfach weiter Ha, ich hab's geschafft Was? Ja, hallo! Wie, du hast... Hä, wo bist denn du lang? Ich hab noch geschafft ein Portal zu sitzen Okay Hab aber vergessen den Knoppel zu kriegen Schlecht Ja, sehr schlecht Aber das ist ja kein normales Crafts Irgendwie Das blockt nämlich ein Echt? Ja, ich bin nicht durchgekommen Ah, lol Also das... Ja gut, dann ist die Map hier mit dem Hammer Editor entstanden Weil nur im Hammer Editor lässt sich sowas äh Skripten Ja Ja, ich glaub das wird... Da werden wir noch länger brauchen Wie eine Folge Du sagen mir, wenn du beim Tod vorbei bist Bin vorbei Geh weiter, geh weiter Hallo Ja Hast? Ja Ah nein Was tust du? Ja, ich wollt mal cool sein Perfekt Nein Weil ich muss dir den Würfel da erst runter geben dann Ach ja Ja Du bist mir ein Held Mhm Ich glaub du brauchst da gar kein Portal Das Portal ist unnötig wegen Kropf Du gibst mir wieder das Zeichen, ne? Vorbei Lauf schneller Nein Ja 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 Ich hab's verzweifelt versucht Mach doch du das mal hier Äh, nö, nö Ja Ja Der schwierige Teil bleibt mir überlassen, ne? Ja Oh Mann Ich seh's kommen, ey Wir werden Jahre brauchen Ja Äonen Werden vergehen Nöller Rein Lauf Lauf, Robert AAH Boah Alter, das war aber grad Haarscharf, ey Geh hier drauf Und mach ein Päuschen Ähm Päuschen Wie geht das jetzt? Du musst den Würfelglauben in der Hand halten Hier Oh, Herzchenwürfel Ja Ja Oh, oh lol Und hier gehen dann die Kraftfelder aus Ach, du heilig Ja Oh, lol Ha, 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 ha Ich drück den Knopf Was passiert? Das passiert Danke Hä? Was hast du gemacht? Hä? Ich bin tot Alter Ich hab nichts gemacht Ich bin tot Ah, hier, hier kann ich den Tod ausschalten Ähm Jetzt pass mal auf Du kannst einfach durchlaufen Du kannst einfach durchlaufen Hä, wir hätten von Anfang an durchlaufen können Hä, wir hätten von Anfang an durchlaufen können Das habe ich mich gerade auch gefragt Hä? Äh Warum sind wir jetzt da aus? Ja Wenn wir einfach jetzt hier gerade aus Ähm Warte mal Musst man dich schieben Okay, da geht das aus Du musst den Tod da vorne auskriegen Den kriege ich aus Ich hab hier, äh Ein Knobbis Mal drauf Äh Gut Nun keine Panik Musst man halt sagen wann Warum bittst du mir da jetzt aus noch rum? Ähm Keine Ahnung Frag mich was leichteres Wann muss ich's machen? Äh Jetzt Ah Da war ich zu langsam Ja Ich war nicht schnell genug Ja Ich bin jetzt zurück zum Ende, oder wie? Äh Äh Ja 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 Ich komm hier nicht mehr weg Äh Ja, weil ich brauch den Würfel hier oben dann Äh Du musst mir den Würfel dann Da wo du jetzt hier stehst Musst du mir den Würfel dann wieder geben Ja Gibt es aber immer mit, warum wir hier aus rum Hat doch irgendeinen Sinn, oder? Okay von hier aus kann ich ihn drücken Ähm Ich weiß nicht ob das jetzt äh Ich glaub das war einfach bloß ne Verarsche Ja Keine Ahnung Ich glaub einfach bloß um uns zu testen, ja Testen? Ja testen, ich sag's dir Ja Ja Auf wenigstens haben wir die erste Hürde geschafft Also du sagst mir wann ich den Tod ausschalten soll, weil dann muss ich sofort weiter sprinten Ja 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 Ich brauch das präzise Jetzt Rechtzeitig Na gut Danke Ne Ach das ist nice Was? Da vorne ist jetzt ein Bauern, Laser, Strahlen Ah selber gleich Äh Auf jeden Fall kann der Turret mich nicht killen Ja Brauchen wir den Würfel wieder, oder? Ja vielleicht Wer weiß Ja wie, wer weiß Wir brauchen nen Prisma Prisma Ja soll ich den Würfel mitnehmen, oder? Warte mal was passiert denn wenn ich den Würfel wegnehme? Nix? Äh Auf jeden Fall brauchen wir nen Prisma Äh Ich komm hier aber nicht drüber, gell Du sagst irgendwas muss jetzt hier unten passen Ahhhh Guck mal Ja aber da müsste ich auf den Knopf hier aber da komm ich nicht drauf Ja warum nicht? Ja wie soll ich denn da hinkommen? Guck mal guck dich guck mal zu mir Ja da ist Speed Soße Ja aber hier ist Speed zu Ende Hier ist der Portal So hättest du hättest ein Portal am Anfang machen sollen Wo denn? Ja am Anfang ein Portal machen Wer hättest du das ahnen sollen? Sicher? Ich brüch' ich brüch' äh ich brüch' blaue Soße Was du brauchst Speed Soße mehr ne? Ja ne ich brauch' blaue Soße Warte 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 Äh Kannst du nicht irgendwie hier weiter irgendwie? Am Anfang hat's Ding gäbe Was? Hat's Soße gegeben Ich geh' mal sterben Nee du musst doch nicht sterben geh' Warte Weil? Passiert da irgendwas? Hä? Nö Passiert Jetzt irgendwas? Nein Du hättest Hier am Anfang ein Portal erstellen sollen Weil hier liegt auch noch Speed Soße Weisch? Ja Und dann wenn da ein Portal erstellt hättest Dann hättest du Anlauf nehmen können Hier durch und dann zack Ja setz doch du da ein Portal und komm' hierher wo ich bin Achso ich komm' hier nicht mehr weg ne? Ich bin hier praktisch gefangen Ich komm' nicht mehr zurück Ich komm' nicht mehr zurück Geht da bloß die Schranke an Ne Ne Da sterbe ich Ja Was machst du? Ja ich bin gestorben Warum? Ich brauch' ja ein Portal hier Ey ich muss deins überschreiben ne? Ey Ich brauch' nen Würfel Ich bring' einen mit Dann musst du mich ja wieder gut durch den Tod da durchbringen gell Ja 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 Wir haben ja Zeit ne? Naja Ja Ist ja nicht so als der der mal unter Zeitdruck stehe Neu Welt geht erst morgen ne? Passt schon Ja richtig Auf 3 1 2 und Go Gut bin durch Achtung Gut bin durch Wann brauchst du den Tod? Jetzt Wann weiter Wann weiter Wann weiter Ah das klappt ja schon besser Ähm So So jetzt bin ich wieder am Anfang Also ich kann wieder zum Anfang zurück aber Ich brauch hier blaue Soße alter Ach was das schaffst du mit Sprint Nein weil hier bremst ich auf Normalstrich ab Alter Alter Jetzt bin ich als ob scheiß Ding hängen geblieben Ich glaub's Hä Ich kann da jetzt nicht mehr helfen Ja gut du brauchst mir nicht helfen Hallo guck mal Hä? Ja das bringt dir aber nichts Du kannst schon nicht durch Das bringt dir nichts Ja schon probiert ob das geht Alter lass mich Lass mich probieren Lass mich probieren alter Geh aus dem Weg Äh Ja ich hab gedacht ich bremst da vollkommen runter Ne Bremst du nicht Was passiert hier? Ah ein Prisma Du kommst ja alleine da wieder hin oder? Ja 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 nicht dass du nachher hier sagst Äh Weil ich bin jetzt äh Meile weit weg ne? Ne ich komm nicht durch Wieso? Ja jemand muss mir den Tod da hinten Wie den Tod? Da ist er tot? Ja oder? Ja aber sicher doch Ah leck Jetzt muss ich sterben wieder Nein musst nicht Doch natürlich Ah ah Warte Doch nicht Ah fuck das geht ja nicht Ich muss sterben Ne musst nicht Doch Will dein Leben Du kannst den Tod nicht ausschalten Ich kann auch nicht besche- doch ich kann bescheißen Ne kannst du nicht Kannst nicht bescheißen Ah ja warte 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 Doch ich kann bescheißen oder? Ja ich kann bescheißen Moment Den Würfel brauchen wir ja nicht mehr oder? Äh Ja wenn du die 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 Light Bridge Ja du musst ja sowieso da durch Ja Das passt schon Ja aber du kommst an dem Türrett nicht vorbei Ja jetzt chill da nicht Ja jetzt chill da nicht Ah ob das klappt ja nicht Hä Warte Hä Ist das Portal jetzt da oder nicht? Ne Aber es zeigt bei mir an dass das da wär Echt? Ha Du ich trickst das Game hier noch aus Ist gar kein Problem Was jetzt? Ah Ja Ja So jetzt geh ich sterben Pass mal auf So Ja aber es bringt mir ja nichts Gell? Das kann man ja auch noch irgendwie lösen Ne es bringt nichts Na doch doch das bringt was Ich kann nämlich Du launch mich Nein Ja ich muss da aber ein Portal setzen Ich brauche die Dose Ich mach das dir ja Ähm Du launch mich jetzt hier durch ok? Wieso? Also du machst tot dann aus und so Wieso wieso Du kannst auch da hinten reinspringen Nein Ich will doch nicht durch das Kraftfeld gehen Ich mach dir hier ein Portal Ja dann lass mich doch einfach kurz hier das Portal umsetzen Dass du hier durchgehen kannst Und dann setzt du einfach von hier drüben wieder dein Portal Was? Nein Wenn ich hier durchgehen verschwendet das auf der anderen Seite Nein warte doch So mal Na ja Ja ich hätte jetzt von dahin Hier Mit dem Würfel Jetzt geh durch Ja gut Geht auch Und jetzt setzt Du dein rotes hier Ne? Doch setzt dein rotes hier Also dein Dein gelbes Ah So und jetzt kann ich da durchspringen dann im Endeffekt Ja Warte ich setz mal kurz den Würfel hier Äh da rein Ich muss aber sowieso den Weg Ne den Würfel brauchst du ja Ja aber du musst hier warten Ne Ich muss Ich muss hier vorne entlang Du musst mich durch den Tod durchbringen Nimm den Würfel mit Achso du musst mich Im Endeffekt ist jetzt scheißegal Ja Wir müssen sowieso die Prozedur nochmal machen Ja Was für ein Tod Ja aber wir schaffen das Da gibt es halt eine Dreiteiler Map Das werden wir auch überleben oder? Ja 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 eine Folge haben wir ja ne Ja 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 Man sind wir gut Wann brauchst du den Tod? Jetzt Ok Alter war das knapp Knapp ist meine Spezialität Knapp ist meine Spezialität Ja Ja So warte So Moment ich muss Anlauf nehmen dass ich da rüber komme So du darfst Das Prisma dürfte schon da liegen Ich darf schon Ja ich habe schon auf den Knobbis gedrückt Und du musst das Prisma jetzt da hinten den Laser reinbringen dass ich hier durch die Laser Bridge da durch komme Wow 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 Ja ja Ganz ruhig ganz ruhig Ruhig brauner Haha Junge 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 Ich glaube das das läuft schief Hey mein Bildschirm ist so dunkel Achtung Jetzt Jo bin durch Musch mir das Prisma hier geben gell Ein Need da Prisma Komm hier runter Nein Ey du hast den Portal Ich kanns bloß nirgends hinsetzen Warte mal vielleicht kann ichs ja irgendwo hinsetzen Momento Äh nö Ja das ist traurig Ich kann Ich kann nirgends sofort hinsetzen Ach ne mach kein Mach keinen scheiß Alter Ich bin jetzt richtig traurig Ist jetzt wohl ein Witz oder? Alter darfst halt echt nicht fehlen Ja jetzt darf ich sterben oder was? Was nein Doch natürlich Wie willst du denn je hierher kommen? Warte 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 Ich muss sterben Du hast doch ein Portal hier Ja aber ich habe keine andere Portalfläche wo ich sie hinsetzen könnte Ne? Ne da komme ich nicht hin Sicher? Sicher Hier ist der Endknopf Hier ist der Endknopf Ja zu dem müssen wir Dass wir da vorne den Tod ausmachen können Also Adieu Oh Gott ist das traurig Oh Gott ist das traurig Klar ist das traurig Aber Notwendig Wo ist denn der Würfel? Ach den brauchen wir auch wieder Oh man So hab ich deinen Typ beschrieben Ja ich habe das Schreibbeiz gleich wieder Warte Nimm mal hier den Würfel Oh Herr im Himmel Ja nimm den Würfel und geh da runter Das hört sich an wie ein Half-Life Haha ist ja auch die Source-Engine Oh Geh Bucky Uh Alter Noch so ein Fehler Haha Haha Ah 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 Ah